Hallo und herzlich willkommen auf meiner Website. Ich möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, habe die typische Karriere hinter mir, war jahrelang Oberarzt in diversen Kliniken, bin dann in die Niederlassung gegangen und widme mich mit meinem ganzen Können und meiner ganzen Kraft den Beschwerden und den Schwierigkeiten, die man eben so haben kann im Körper. Ich habe vor allen Dingen viel mit Beschwerden aus dem Rücken zu tun, biete dort alle Therapiemöglichkeiten an. Diese Therapiemöglichkeiten sind aus allen Bereichen der Medizin hinüber bis in die Naturheilkunde. Patienten erfahren bei mir genau das, was ich glaube, was man zusammen erarbeiten kann und was den Patienten am besten tut. Darüber hinaus natürlich alle Beschwerden aus dem kompletten muskuloskeletalen System. Das heißt, es sind vor allen Dingen die großen Gelenke, die ich behandle, von einer einfachen Schwellung, einem kurzen Schmerz bis hin zum Gelenkersatz. Darüber hinaus mache ich gerne natürlich auch Zweit- und Drittmeinung. Das heißt, ich berate natürlich auch jeden Patienten, der zu mir kommt, über etwaige Therapieoptionen und schaue, dass wir da etwas finden, was für den Patienten am geeignetsten ist. Ich selber biete alle Möglichkeiten an, die die konservative Therapie einem bietet. Darüber hinaus biete ich natürlich auch in Kooperation mit Kliniken und ich selber natürlich auch operative Maßnahmen an. Dazu gehören Gelenkersatz, dazu gehören natürlich alle arthroskopischen Operationen von der Schulter über das Knie, Hüfte und Sprunggelenk. Ich bin selber noch zertifizierter Fußchirurg. Das heißt, ich führe auch alle kleineren und größeren Eingriffe im Bereich des Fußes durch. Das mache ich ganz gerne. Das sind überschaubare Eingriffe. Auch da kooperiere ich mit verschiedenen Kliniken, aber auch mit ambulanten Einrichtungen. Auch da natürlich mache ich gerne auch eine zweite und eine dritte Meinung. Und auch da finde ich, wenn OPs nicht gewünscht sind, immer auch etwas, womit der Patient leben kann. Also das, was er sich vorstellt, wovor er am wenigsten Angst hat. Das bedeutet natürlich nicht immer, dass es die bestmögliche Therapie ist, aber es ist zumindest die bestmögliche Therapie für den Patienten. Ich lade Sie herzlich ein, zu mir in die Praxis zu kommen, das Gespräch mit mir zu suchen, mir von Ihren Problemen zu erzählen. Ich werde eine passende Diagnostik machen. Ich werde Sie darüber aufklären, was für Möglichkeiten es gibt. Und ich werde mit Ihnen zusammen, wie gesagt, die richtige Therapie finden und dann auch konsequent durchführen. Sie können sich gerne bei der angegebenen Adresse mit Telefonnummer melden und einen Termin mit mir ausmachen. Den werden Sie zügig bekommen. Und ja, ich freue mich sehr darauf, Sie dann kennenzulernen. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch.